Selbstbewusste Kinder, souveräne Eltern, kompetente Fachkräfte. Das ist das Ziel unserer Arbeit hier in der Familienbildung im Heinrich-Pesch-Haus Ludwigshafen. Bei all ihrer Vielfalt ist Familie immer eines. Sie ist eine Lebens- und Liebesgemeinschaft, in der Menschen miteinander wachsen. Pater Johann Speermann, Direktor des Heinrich-Pesch-Hauses und Ulrike Gentner, stellvertretende Direktorin und Leiterin der Familienbildung, sprechen oft über die Situationen von Familien und zukünftige Bildungsangebote. Was ist der Kern der Familie? In jedem Wesenskern liegt die ganze Schöpfung verborgen. In der Familie wird ein Kind ein eigener Mensch, bildet seine soziale Identität aus und natürlich gehen die Prägungen weiter. Familie bildet folglich Gemeinschaft ins Kollektive und in die Wirtschaft hinein. Je genährter, je stabiler eine Familie ist, desto mehr kann sie eine Stütze sein für die Gesellschaft. Wir entfalten unser Menschsein in der Familie. Freude, Urvertrauen, Miteinander, Wachsen, Konflikte lösen und Verschiedenheit annehmen. Ein Mensch lernt so für sich und für andere da zu sein. Die Familienbildung im Heinrich-Pesch-Haus unterstützt und begleitet kleine und große Menschen, einzeln, paarweise und als Familie. Wir sind überzeugt, dass aus Vertrauen Mut zum Handeln kommt, nicht nur für sich, sondern auch für andere. Wir fördern das Zusammenspiel von Körper, Seele und Geist des Menschen. Der Mensch darf sich erfahren, entdecken, erkennen und seinen eigenen Weg gehen. Wir kennen die Herausforderungen des Familienalltags. Ob Säugling, Kleinkind oder pubertierender Jugendlicher, wir stehen Eltern in allen Phasen der Entwicklung mit Rat und Tat zur Seite. Bedürfnisse wahrnehmen. Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie stellt für viele Mütter und Väter eine große Herausforderung dar. Durch unsere Kinderferienprogramme entlasten wir Eltern und bieten den Kindern spannende Ferienwochen. Wir qualifizieren als Kooperationspartner Tagespflegepersonen. So schaffen wir Perspektiven und sichern eine wertvolle Betreuung für Kinder. Unsere Fachtagungen führen Menschen aus unterschiedlichsten Fachbereichen, Institutionen und Bundesländern zusammen. Ein echter Gewinn für die Qualifizierung von Fachkräften. Die Tagungen vermitteln praxisnahes Wissen und führen zu einem reflektierten Handeln im Alltag. Bei uns laufen die Fäden zusammen. Als Netzwerkstelle und anerkannte Familienbildungsstätte des Landes Rheinland-Pfalz fördern wir den Austausch zwischen Institutionen und stellen sicher, dass Projekte und kommunale Initiativen ihre bestmögliche Wirkung entfalten. Für Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Sie erreichen uns telefonisch, schriftlich oder online. Selbstbewusste Kinder, souveräne Eltern, kompetente Fachkräfte. Dafür steht die Familienbildung im Heinrich-Pesch-Haus. Wir freuen uns auf Sie. 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 Überfrowaimt. Wir freuen uns auf Sie.